Muss ich jetzt echt damit zum Bosskampf? Gut, wir sind tot! Jupp, wir sind sowas von... tot. Wir sind so tot, toter kann man gar nicht sein. Jetzt haben wir auch noch einen Schlüssel, das heißt, wir hätten jetzt in den Item Room oder in den Shop gehen können. Und er kommt. Ja, genau, lauf ein Meter. Oh, verdammte Scheiße, du dämliche Mistvieh! Man sieht den Schatten immer nicht, ich hasse das! Das war knapp. Vorsicht, 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 Vorsicht! Nein! Instant, Instant Replay. So, weiter geht's. Gibt's ja wohl nicht hier, ey. Schlüssel. So eine Scheiße. Im letzten Run, das war ja wohl echt jetzt kacke. Oh, komm her. Ja, genau, drei Leute ohne Köpfe. War besser hier. Ist ja wie auf einer Love Parade. Oh, 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 das war böse von mir, Entschuldigung. Oh, toll, Doktors Remote! Und ich habe gesagt, ich möchte in... Jetzt schreiben sie wieder im Teamspeak. Ich habe gesagt, die sollen die Fresse halten. Und Larry Jr. Piu, 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 piu. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Vielleicht können wir irgendwie platziert die Bombe setzen. Dass wir die Viecher loswerden, bevor sie uns zerfleischen. Und gleich disconnecte ich aus dem TS. Das geht mir echt gerade ziemlich auf den Sack. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob das euch stört, aber mich stört es. Ja, ich weiß, ich könnte einfach aus dem TS rausgehen, aber... So, einer ist weg und wir haben schon wieder ein Herz verloren. Nochmal. Das ist zum Kotzen. So, ich muss nur mal eben hier einen TS tabben und sagen, dass sie die Fresse halten sollen. Kann ich nicht, weil... ...der TS sich mal wieder geschlossen hat. Tadi und Oni. Toll, Mams Lipstick. Warum kriege ich nie was Gutes? Das ist so scheiße. Naja. Mein Name wäre jetzt ein Schlüssel. Oh! Und Bombenviecher. Warte mal, vielleicht kriegen wir die ja irgendwie hier in der Nähe kaputt. Scheiß drauf, ich offreie mich dafür. Ja, Zola. Halbes Herz für den Zogen. Fick dich. Oh Leute, jetzt reicht es. Echt, das geht mir auf die Nerven. So. Oh Gott. Oh Gott. Uuuhahaha. Mua muua. Mu. Yeah. Money, money, money. in den shop in den shop 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 in den shop 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 also ich will das da und ich will dass da more trinket rooms und ich will vielleicht später auch noch einen schlüssel mal gucken aber more trinket rooms ist schon mal nicht schlecht stirbt kleiner junge das mit dem schlüssel hat sich erledigt wo vorsicht gott wir opfern uns wieder es hat sich nicht wirklich gelohnt aber irgendwie macht mir das spaß dann beschwere ich mich nachher wieder weil ich meine ganzen soul hearts verballert hat ist immer so ich kenne mich ich kenne mich einfach selber zu gut und mein gott die giffliege an die giffliege ich werde sterben oder ab nach unten in den kampf von mir ist ja was tolles tollen schlüssel und herz aus dem sprauchkasten im haufen füllen wir werden hier noch drauf gehen Klasse, Pien. Oh. Zombie. Aua. Ich hab keine Augen, aber ich kann hier trotzdem hinterherlaufen. Die Logik will ich mal verstehen. Ach, das war's schon. Naja, mein Name... Och, lol. So laut haben wir auch wieder geknächt. Alles gut. Und wir haben... die Zitrone. Toll. Moment, das ist ja ein Fenster. Äh... Einmal hier nach unten. Lemon. Äh... Ja, also, wenn ich das halt drücke, dann kommt hier so ein geiler Pisspool. Also, ne? Als würden wir auf den Boden pinkeln und der... Eigentlich wie das Holy Water, nur eben, dass wir es auslösen. Und diese beiden Viecher sind einfach nur unbeznervig. Vor allem auch, weil Isaac einfach nur so... Nein. So abgefuckt langsam ist. Hallo? Bist du bescheuert im Kopf, oder was? Vorsicht! Oh, das hab ich... Ah. Naja, lieber das Ding da oben, wobei... Aua! Yeah, Speed up! Und Endeavor. Hm, Pucked ist Damage. Pfote, Bullshit. Wir hauen einfach ab. Da oben war noch ein Herz. Fuck. The Caves. Spinnen! Oh, Herz. Okay, das mit dem Herz sei verziehen. Hallo? Oh Gott, nein. Warum muss immer ich diese Wichsviecher bekommen? Entschuldige, dass ich beim Let's Playen so viel Fluch habe, aber... Immer nur diese Drecksviecher, ey. Und nur fucking Up-Items. Dann sehe ich Let's Plays von anderen, die Binding of Isaacs spielen. Scheiß Reflexe. Äh, und die kriegen natürlich die... die Top-Items auf die hier. Und das hier ist sowieso die größte Verarschung der Welt. Vielleicht kriegen wir das in einem passenden Winkel so hin. Wow! Wow! Ich hätte vielleicht damit rechnen sollen, dass er das tut. Wo ist der Item-Room? Oh. Fick dich. Eine Scheiße. Item-Room. Wo bist du, Item-Room? Step by step. Step by step! Fick dich! Arschloch. Nein! Nein! Das ist ein Dime! Fuuuuh! Game! Fuuuuh! Das Spiel ist schade. Ich verreckst einfach, ja? Fuck! Wir sind jetzt gleich tot! Alter! Wann haben wir so viel Damage verloren? Äh, so viel Herzen verloren? Ich dachte, wir hätten irgendwie noch eins jetzt. Oder eineinhalb. Oh, oh, Herz. Weil trotzdem chị rdotter. Ich sehe mich jetzt mal.